Schönen guten Morgen. Es ist halb acht, da ist Heike und noch sind wir in Münster und fahren aber jetzt los nach Impenbüren. Wir spielen nämlich heute am 14.09. den Grand Summer Slam, unser eigenes Open Air in Impenbüren. Wir waren gestern schon da und haben uns die Bühne angeguckt. Fantastisch. Wir haben uns das Gelände ja irgendwann so ausgesucht und festgestellt, da und da müsste die Bühne stehen. Aber da ist das Gelände etwa ungefähr so. Und hier ist ein Baum und da ist ein Baum. Und dazwischen muss man erstmal eine Bühne bauen. Und das haben die Jungs geschafft. Mega geil. So, und wie steht das da? Das Gelände sieht schön aus. Und wir fahren so früh heute schon hin, weil, parallel zu unserem Open Air, wir haben das ein bisschen datenmäßig verkackt, müssen wir ehrlich zugeben, wir haben Bockmiss gebaut, ist nebenan in Emsdetten, wo ich ja nun mal herkomme, das Detten Rockt Festival. Und da haben wir uns überlegt, dann spielen wir doch einfach auf beiden. Und jetzt machen wir gleich sehr früh Soundcheck, dann ins Auto, schnell zum Detten Rockt und als erste Band spielen wir einfach da. So, diesen hier. Und dann wieder schnell zurück, weil um 16 Uhr geht es ja auch schon bei uns wieder weiter. Das wird ein strammer Tag. Pass auf, kurze Frage. Hat irgendwo gleich schon Bier in der Hand, wenn wir da auftauchen? Meinst du, dass der zum Soundcheck morgens um 11 schon... Ich glaub nicht. Ich glaub das, ich weißt du, ich glaub in Emsdetten vor der Show, da wird das erste Tag. Ja, das auch. So, wir warten jetzt auf Alex, der kommt hier vorbei. Und dann fahren wir hier schön gemütlich in Elpenbühlen rüber. Das Schönste ist, dass das Wetter heute so mitspielt. Vorgestern war scheiße, übermorgen geht es ja scheiße, heute ist geil. Super. Mach mal einen Schwenk hier. Wir fahren nämlich gerade an Sorbjörg vorbei, ne? Und dann ab dem Elpenbühlen. So, und unser Shuttle steht schon parat. Der Soundcheck ist gut gelaufen. Ich hoffe, dass unsere Gitarren mit an Bord sind. Ich blick nicht mehr durch. Wir fahren jetzt nach Emsdetten und fahren dann wieder zurück. Ah, wir haben uns verfahren. Das geht schon gut los. Ist da mir vielleicht dirigiert. Ja, ist ein Baum. So, ist gerade Einlass, ne? Die Leute kommen. Ich glaub in Emsdetten vor der Show, da wird das erste Tag. Ja, das auch. Augen kommen! Kann man da nochmal eine Zeitlupe sehen? So, der Setten war schon mal ganz gut. Und jetzt geht es hier weiter. Da ist der Einlass. Da sind die Klos. Da sind wir. Und wir sagen jetzt den Leuten Hallo. Hallo! Danke! Ja, gerne, viel Spaß. Hallöchen! Hallo! 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 Vielen Spaß! Danke! Danke! Moin! Danke! So! Vielen Spaß! Danke! Bis später! Danke! Danke! Der Quastenbölkner lebt in einer Art Mulde. Er zeigt gerne seine Natur und sein Wesen. Er ist ein gehemmter Hasser, der das doch oft zu spüren weiß. Was das heißt, weiß ich nicht. Bitte rufen Sie an. Er ist ein gehemmter Hasser, der das doch oft zu spüren weiß. Er ist ein gehemmter Hasser. Musik 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 Musik